Showa Dainichi Toyota, 75 cm. Das Alter schreiben wir hier auf die Seite. Ich muss das nachgucken. Der kommt jetzt in die Weihnachts-Auktion. Das ist ein toller Fisch. Der sollte jetzt hin am Teich, der ist groß genug. Der hat da ziemlich das Endmaß erreicht, also bodymäßig super gut. Jetzt muss man gucken, ob er durchs Umsetzen vielleicht noch ein paar Zentimeter abschiebt. Kann möglich sein, versprechen kann man es nicht. Wie gesagt, all das suche ich raus, mache ich auf die Beschreibung, auf die Internet-Serve. Sehr schöner Keu.